so freunde weiter geht's im buggy's asylum mit resident evil's remaster nun kommen die da stehen ach jetzt auf einmal ist er kaputt jetzt auf einmal alles klar gut dann grasen wir hier oben noch mal alles ab ja welchen haben wir verwendet ich will den einen endlich loswerden da oh nein oh ja 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 jetzt müssen wir auch noch was lesen moment ich trinke noch ein schluck jetzt müssen wir auch noch was lesen moment ich trinke noch ein schluck testament des forschers da drin steckt ein brief der obere teil des briefes ist abgerissen der rest des briefes ist lesen alma allemalabalabe ich habe ver... alter du vogel alter jetzt entscheide ich mal was zu spielen mit sonst schmeiße ich die raus aus meiner freundschaftsliste habe versucht zu überleben um dich wiederzusehen aber ich habe das unausweilichen nur hinaus zögern können ich bin infiziert und es gibt keine heilung für das was nun folgt der einzige ausweg besteht darin mein leben zu beenden ehe ich das verliere was mich noch von diesen bestien unterscheidet meine liebe für dich in einer stunde beginnt mein ewiger schlaß und frieden bitte verzeih es mir es tut mir so leid martin krackhorn bei dem namen hätte ich mich auch gemessen bei dem namen hätte ich mich auch gemessen was machst du denn? ich denke wir waren richtig über diese mansion zu sein ziemlich unnatürlich wir haben eine Art von Unterstatements wo ist die Teil der abgerissen? wo ist die Teil der abgerissen? meine einzige Begemerzung ist dass es die wichtigste Teil war und jemanden wollte es nicht jemanden sehen gut dann wollen wir weiter ah ein Haken da ist nichts weiter ja es ist gut ja ja gut dann machen wir da aha dann machen wir da ja ja hat es auch so ich lass mich mal machen hier Angelköder dann ist doch bestimmt der hier rein ah so na bitte geht doch wow alter du hast doch einen Weg ey alter wow keine Ahnung so mach das meiner nach ne Vespo oder Nüsse mit ner Pistole jetzt in die andere Tür nebenan wie viel Blatt oder oder ja natürlich ne 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 nach verschlossenen Vertürtel verschlossenen Türwaren meines Alter als ob man beobachtet wird die Spuren, die mitten ins Bett führen hier scheint jetzt nix mehr zu sein und dann wird meine Alter du mach doch die Scheißkiste auf ey meine Güte, jetzt stell dich nicht blöder als du bist woher Platz wird alles eingesammelt hier nimm doch jetzt die Scheißfarbband Mensch in Gribborn gut, mehr, warte, schau mal ja oh, Alter da wollte ich hin, genau ne, ist jetzt grün nicht mehr rot also haben wir da alles weg darin erkennt man, dass es in dem Raum nix mehr gibt das war von rot auf grün Räume, die wir nicht erkundet haben, sind durchsichtig wenn man sie erkundigt hat, sind sie am Anfang rot und später, wenn man alles eingesammelt hat, was es in dem Raum gab gab, sind sie dann grün so, gehen wir mal kurz hier rum ok hier gut hier Ah, schön, ich kann ihn. Ah, hell. So, jetzt müssen wir mal runter zu unserer Kiste, ein bisschen was abladen, dann können wir weiter gehen. So, Speichern brauchen wir jetzt noch nicht, jetzt ist ja nichts wichtiges passiert. In den nächsten Minuten kommt jetzt ja nichts zu schweres. Ach ja, dann gehen wir mal da lang. So, mal schauen wo wir hier sind. Ach da sind wir, ah. Da reingehen, der hat ja noch irgendwas angezeigt, dass wir da drinnen noch irgendwas übersehen haben. Hier haben wir noch was übersehen. Ja, seht ihr, leuchtet nämlich noch. Oh, hier ist doch nichts mehr. Hm, kein Plan. Gucken wir nochmal auf die Karte. Ich gehe da rüber. Nein. No, genau. Wenn ich jetzt wieder da rauskomme, wo ich innen reingegangen bin, werde ich böse. so gut. Ja. Ja. Mir fällt die Dach, die kann mir solche Sachen einfach nicht mehr. Sollte dieses Projekt planlos den Resident Evil nennen. Oh, jetzt kommt das mit den... Oh, das ist eine Fresse. Wichtig ist, es ist eine Fresse. Wichtig ist, es ist eine Fresse. Liebe. Oh, Alter. Mir raus. Ja, jetzt musst du nicht so gut, geh zur Tür. Oh, Alter. ja 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 heute mal Sch... Schild, dies, dies, dies... Glanze? Wo ist jetzt... ... wachsen? Schild? So, und jetzt... ... sind jetzt die beiden? Oh, Alter! Oh, Alter! Wird sie mich verarschen? Oh, Alter! Na bitte geht doch! ... ... Wolltein Katzen möchte ich ehrlich an mir wiederholen. Ah, warte mal. Ah, warte mal. Warte mal, Sonnenlicht weg, nicht los. Genau. Jetzt brauchen wir... Meine Fresse, warum nicht gleich so? Ich stelle mich aber auch immer an. So, jetzt haben wir die erste komische Maske da für diesen einen Keller. Um das Kellerkind zu befreien. Ich habe mal eine Vintra. Oh, Alter. Es ist immer noch nicht der Schlepp, den einen in die Fake schmeißen. Meine Güte. Oh, nein. Das wollte ich eigentlich jetzt noch gar nicht machen. You're wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Ja, dann wollen wir ihm schnell seinen Schuss besorgen. Ich weiß auch, in welchem Raum der ist. Da müssen wir hin, genau. Oh, Alter, müssen wir viel laufen. Na, endlich. Haben wir den einen Schlüssel aufgebraucht. Mal gucken, woher sind wir jetzt. Ach, genau. Haben wir es ein Ball lang? Eigentlich ist der Weg gar nicht so weit. Oder bin ich jetzt total falsch? Ja, ich bin falsch, scheiße. Ich hoffe, die Zeit reicht. Ich bin die falsche Tür reingegangen. Ich wäre jetzt ein riesiger Umweg geworden. Genau, hier muss ich lang. Und dann hier die Tür rein. Genau. Boah, Alter. Was ist da denn los? Äh, fällt sie sich eben nicht gut an. Das legen wir jetzt auch erst mal weg. Das legen wir auch erst mal weg, genau. Das legen wir auch erst mal weg, genau. Auch mal ein bisschen heilen. Und dann geht's schnell wieder zurück. Zu Witcher. Und dann geht's schnell wieder zurück. Wie ich mir das vorstelle, bekommen wir gleich noch ein noch besseres Gewehr. Wir können uns leider nicht mit dir aufhalten. Tut mir leid. Wir haben zu tun. Wir müssen Richard helfen. Wer ist hier überhaupt Richard? Ich bin ein Arbeitskollege, mit dem sie auf der Weihnachtsfeier versteckt in Christstollen gespielt hat. So. Hier, Richard. Ich werde dir einen Schuss machen. Halt in da. Jill. Hier ist mein Radio. Geh es. Ich bin... Does it ever not hurt? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.